herzlich willkommen und freunde auf diesen part habe ich nicht gewartet ehrlich nicht dieser part wird so sein ja wir haben gerade ungefähr sechs oder siebenfünfzig habe vorhin enemy crossing aufgenommen und ich gehe gleich noch mal schlafen für eine stunde oder so vielleicht auch nicht weiß ich noch nicht auf jeden fall wird das kein schöne keine schöne folge es wird das nervigste level aller harry potter lewitt sein und ich freue mich überhaupt nicht ich freue mich wirklich gar nicht ist vielleicht zu spielen es macht mir auch keinen spaß die scheiß level aber viele können sich vielleicht schon denken aber der hat mir angegriffen man wieso sind die alle so gemeint zu mir ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber es wäre auch egal was er muss ich gar nicht muss ich denn muss hier hin und dann da bombar die machen dann war da ok ich muss ziehen zielen zielen der see leute wisst ihr schon wisst ihr schon was gleich passieren wird es wird nicht cool es wird nicht cool da unten sieht man schon den see ich habe eigentlich nichts gegen diese level ja wirklich ich liebe diese level sogar eigentlich aber in dem spiel leute da liebe ich das gar nicht ja spring doch runter mein gott war das jetzt echt schüler in gefahren hier war es nicht okay ich liebe diesen soundtrack leute soundtrack der ist so cool so glaube ich auch mit einer der besten soundtracks im harry potter unterwesen wollte ich sagen juni universum ich habe außerdem ein dingseebums gekauft ich komme da gar nicht hoch egal hier doppelte punktzahl gekauft weil so krieg ich mehr dinge für die ganzen sachen und so das ist eigentlich schon ganz praktisch dass ich jetzt auch erst mal drin ich habe mir das hart erkämpft diesen bonus und was machst du denn da hast du das ein leiter ok so was war ein ding was ist denn hier eigentlich sind werkzeug aha ich muss das hier zusammen kraften was kraften wir denn ein steg ok ach so schüler in gefahren okay habe ich gerne gemacht kleiner junge oh da ist sogar das oh ein charakter one im smoking ja sein frauen umhang die haare von one und terry passen hier in dem spiel gar nicht fällt mir jetzt gerade ein ja will ich hier eigentlich was machen ne ne so wir gucken uns noch da den maulwurf an was der da jetzt vor hat jetzt geht er da hinten hin so erstmal machen wir hier aber hier kaputti putt wieso ist der tank eigentlich schon bereit ich weiß es nicht was haben wir hier bassist kenn ich nicht doch was bringt uns der trank hier ach das ist ein viel saft trank oh ja machen wir mal hallo hallo ich bin jetzt ein haffelpuff ich weiß es selbst nicht aber ich wusste gar nicht dass man hier so weit schwimmen kann ok was bringt uns dieser bereich was ist das denn da wieso ist hier so eine komische linie oh da unten ist was warte mal eben ok ah eine angel den habe ich gar nicht gesehen so komm her ich habe doch bestimmt was gutes geangelt oder das ist auch ein fisch den hole ich mir gleich auch noch eben ein frosch zwei frössche sehr schön sehr schön so fisch ne ich kann mit dem fisch gar nichts machen ok mit den laterien kann ich auch nichts machen gut gut dann gehen wir weiter dann gehen wir mal weiter hallo mad-eye das war auch glaube ich meine Lieblingsszene im vierten film als Dumbledore schreit sei drooook das fand ich mega cool boah jetzt geh da rein du kleines Kind so ja das unterwasser Level Leute es ist so nervig weil die ganze zeit diese Viecher gleich kommen werden die man da rechts schon kurz gesehen hat wir sind hier mit Cedric Diggory unterwegs da hat dieses Viech da weg mit dir so ich will dieses glaube ich hier nur einfach durch weil beim ersten mal kann man ja eh nicht alles holen das weiß ich weil man hier irgendwie einen Charakter noch braucht den ich aber gerade nicht habe ach diese Dinger warte warte oh warte dann muss ich mich kaputti kaputti putt machen mein gott geh doch weg du grinne lo ey mein gott ja rein da rein da rein da schieß jetzt einfach ach so hast du eine wand da ist eine wand und ein ne cracki ok guck mal guck mal wie gut wir sind oh jetzt kaputt kaputti putt oh die arme krake das tut mir leid jetzt ist sie begraben da ist außerdem eine Miesmuschel habe ich gesehen oh ok egal mach ich mach ich irgendwann mal ne 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 geh weg Hauptsache Harry schwimmt äh ne ich glaube ich finde eh nicht alle aber ach man ey ihr nervt mich ich wüsste das eigentlich so hier bitteschön jetzt geh weg ma oh alter so bitte bleib weg danke sorry Cedric ist das denn ein Fisch? ja ein Fisch bumm domino domino hüpfen wir und hüpfen überall kann ich mich jetzt hier mal weiter bewegen danke danke so jetzt sind wir schon mal hier super ich geh unten her warte wir geh mal eben hier gucken geh weg danke die kiste kann ich nicht aufmachen ok ist nicht so schlimm als ob man hier jedes einzelne hier kaputt machen soll wir können mal gucken aber viel bringen zu das glaube ich gleich eh nichts oder? immer noch was immer noch was alter ah doch cool ein Gitarrist habe ich bekommen das ist ja schön sehr gut gehen wir mal weiter genau schwimm du mal oben her brauche ich hier lumos? ne ich brauche hier glaube ich Wingardium Niviosa so das haben wir gut gemacht ok den stein den lassen wir da erstmal oh nein 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 oh man meine Handschleife gerade aktuell auch wieder ein das hatte ich schon seit paar Monaten nicht so das ist weg so was mache ich mit dir Dich tue ich glaube ich hier hin oder? ja sehr schön guck mal Sadwell kann es weiter laufen was ich jetzt hier machen muss weiß ich aber nicht äh oh da ist Victor Krumm hallo Victor Victor Krumm komme ich da eigentlich oben vorbei? ne ok ich musste irgendwas machen geht mal weg hier Alter Scheiß Steil Oh Nebel Aber Tinte ist glaube ich nicht so schlimm Ich brauche Lumos Düüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüża So, warte mal, kann ich nicht angreifen? Ne, kann ich nicht, okay Was ist das hier? Eine Wiesmuschel Ach, so, die will, glaube ich, eine Perle haben Die ist vielleicht hier oben Vielleicht ist die nicht hier oben Aber er geht weg Ja, schön, und ein Wappen bekommen wir Finde ich ja nett Was haben wir hier? Ach, hier haben wir eine Perle Hui, so, das Wappen sammeln wir ein Hier, bitte, hier haben wir deine Perle Danke, ich liebe euch Tschüss Ja, tschüss, kleines Ding So, ah, ich kann auch mit B herum Oh, wir sind schon da? Nein Nein, Hermine Ich wollte Hermine befreien Was ist das denn? Ach, nein Oh nein, die gründe los Nein, aua So, äh, ich muss mich mal hier eben konzentrieren Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr So, hier können wir jetzt rein Und dann sind wir hier Und dann konnten wir irgendwie Oh, die Ketten Sprengen Oh, die nerven mich ja jetzt schon Hey, ich habe Krummhai gefunden Cool Habe ich nicht bemerkt So Hier haben wir auf jeden Fall was Super, einen haben wir befreit Oh, doch noch nicht Warte Was ist das denn da jetzt? Egal Ich mache erstmal da hinten das kaputt Und dann gucken wir, was das hier ist Äh Okay Lass uns mal Was ist das denn da? Oh Gott, ey Ja, lass mich doch Aber warte mal Links weiter auch noch was Ne Lumos Weg mit euch Und dann auch hier Wingardium Diviosa So Der ist auch schon mal befreit Oh, ich habe den Platten Ne Der sieht schon lustig aus So, ich Oh, ich will hier rein Danke Danke Den haben wir nochmal groß gemacht So Wie geht das denn jetzt hier? Ich brauche mein Wingardium Liviosa natürlich wieder Ah Du gehst da drauf Ah, und dann? Super Haben wir alle befreit Das ging ja doch schneller als gedacht So So nervig war dann das Level hier doch nicht Das ist ja echt nerviger gewesen Was ist denn hier unten? Naja Müssen wir jetzt nach oben schwimmen? Oder was los? Nö Alter Der nervt mich So Weg mit dir jetzt Super So War es das jetzt? Ich wusste nicht Was ich hier nur machen soll Ehrlich gesagt Oh, warte Links ist da noch jemand Stimmt Haben wir doch gar nicht befreit Ah, wo ist er jetzt? Da ist er Oh, jetzt kommt sogar noch einer Okay Warte, ich will Geh mal weg da Egal Egal, dann nicht So Weg mit dir Weg mit dir Applaus Applaus Ah, ein Hai Hilfe Hilfe Hihihi Was ich mich jetzt gerade frage War Viktor Krum Ein Metamorphogus Weil der sich ja in den Hai So ein bisschen verwandeln konnte Viktor Krum Metamorphose Achso, Metamorphose Hießen die Das interessiert mich gerade ein bisschen Aber hier steht jetzt nichts dazu Naja Das war es wieder mit einem Part Lego Harry Potter Es war doch nicht so schlimm Wie ich eigentlich gedacht hätte Ich dachte echt Es wäre richtig nervig gewesen Aber war es jetzt doch nicht Da gab es nervigere Level Na Zum Beispiel alle verbotenen Wald Level Ja Leute Dann würde ich sagen Das war es für heute Wir sehen uns dann morgen wieder Bis dann Und Kami Tau Und ciao Das war es für heute Das war es für heute Das war es für heute